n ja ich hab noch nicht weiter war an Landabbau dann baue mal was anderes ab ihr wollt das auch damit ich da mein Land so unnötig ja ich bin ich komme an erde hoffentlich ist es die Freiheit und gleich ist über den Grieber sein Ziel der Probleme ist auch mein Mann kann ich kein Dach machen doch ganz muss ja auch das war die Wahrheit da waren aber der Satzbettung nein wenn du eher so darunter so nicht freilich freiheitsmaximus seit ihr wir die und hat die Bank von Freiheit ich habe unser Haus gefunden ja ich bin ich bin ich bin vor der Tür ich komme nach Hause nach einer Schlacht mit vielen Monstern Niemann empfangen nämlich meine Frau wo es nur auch hier draußen ist die Erdacht der Arbeit wenn sie gebraucht werden ich habe ein Sattel gefunden und auch kultig er noch und irgendwelche Cocoa magst du und du bist doch gerade Eisner immer das Eisen hier draus Prozent das einzigste Problem an meiner schönen Sandburg ist wie komme ich da rein hoch ist und ja habe ich alles gefunden da war noch mehr aber ich wollte das nicht alles abbauen ich habe 27 ins ich bin ich bin ich gehe mal in unsere Wien dann macht was in uns zu bringen ja und als berechnen Kohler aus dem ich brauche Marker die Sandburg ist so unnötig den Sand konnte er könntest du sein und dort aufs Glas machen siehst du also ist dann doch ja dann baut den Sand wieder ab und macht Prozent und schmeißt den Ofen er liegt doch über der warum durch meinen Sandburg kaputt machen Jürgen du bist so ein Aufford nein ich bin Sandfanatiker Kripp auch noch nie richtig mit Sand gearbeitet die ersten Spanien jährlich werden überall Samtburg gebaut dein Leben besteht aus Sand Marco macht sich erst mal nützlich und nochmal mit dem Scheiß Sandbau aber echt macht sich nützlich mal ja ich bin gefahren mit der Grathe schon sagt die Suche in Höhe oder so ein scheiß oder wenn du für schon Sonntnachstamm senden den Samen damit zu ihr ich habe voll die Idee wir brauchen ganz fett nur ich tun mit ganz viel Klafen ganz viel da müssen wir ganz viele Stein und ganz viel Klaas ich habe mehr sein als ich brauche für den Leuchtturm werden mehr wir mehr als seine 200 Sand brauchen helfen älten keine Vorwärtsnachstum wir brauchen trotzdem mehr komm nach oben bau den Sand wieder ab und schweiß den in den Ofen ich so gut es wird schon dunkel ja dann hier ein Marco du hast hier voll das Scheißloch gemacht bau den Sand wieder ab und füllen das Loch älterlich das ist nicht mein Lochmann das Banken ich war erlte egal ob auch ein Scheiß Sand mal wieder ab macht man auch kaputt ich bin wohl ich brauchte einen Sand auch den Stein hier wenn man nur auf da habe ich was erwartet macht man auch kaputt wir brauchen und ob die Steine das doch was du gemacht hast du und wenn du Sankt abbausten das auch schon so wenn du dir das doch genauer an der Anwalt für den Mist woanders Sankt ab macht es kommen wir gehen schlafen ein bisschen Miene und wir dann gehen nicht schlafen aber über Altenbetten sind keine ich bin ich gehe mir was zu essen zu und so eine Frage und so eine Frage was kann man eigentlich mit Flint machen Pfeile oder wie ja ich glaube Pfeile und man kann auf alle Fälle wie heißt der Scheiß ich weiß Feuerzeug ach ja Wind wir machen uns ein Stück Eisen und ein Stück sind ganz oben ist und unternehmen hallo schweinies und seitdem ach so wir sollten Feuerzeug machen alles klar ich habe auch vertreten ich habe dann auch groß scheiß Teil des Bieters ich um einen Eisenbahn unser eigen ökliche Dreckung ich bin so also kommen wir gehen lebt sich ins Bett die Gute Nacht auch noch durch ja höll ich schlafe wer da mutiert alles klar ja jetzt habe ich die Schweine suchen guck mal guck mal auf mein Bett, mein Bett ist best so wieso was ist da? dir mein Bett ey du wixer das machst du ganz schnell wieder so wie es war und Machen bau deinen Sand wieder ab ey das sieht doch scheiße aus ja weil es noch nicht fertig ist du brauchst so unnötige Sachen mann was bauen wir denn jetzt wir wollen was für ein cooles bauen der Trick der Trick bitte ja ähm torscht uns nicht ja gar nicht bei Grafen ich gehe jetzt anfangen was zu bauen was willst du denn bauen? weiß nicht irgend so was cooles die so unnötig nein das ist was alles was gesagt kann wo wir nicht gegen dich verwendet werden ähm wir bauen eine einen Leuchtturm und eine Villa und vieles wir bauen die Villa genau auf diesem Berg da oben ich baue jetzt ganz viele Leitern und dann baue ich nach oben damit wir da hochkommen ich bin ich bin auch ganz viele Sticks ich hab' nur ich hab' die ganzen ja ich mach' noch mehr und sollen ist man ein Eisen mittlerweile fertig wo es nicht hochwertig Ok er habe ich vier Sticks die Hälfte ich habe jetzt vier Sticks ich mache mir noch ein paar das wird ich übertreibe Mark übertreibt es mit seinem Sand ich will auch übertreiben der Anbuchs Ok und jetzt machen ganz viele Leitern und ein was braucht man jetzt auch bei was für sich und was muss man sich geben ich habe keine Ahnung das ist so so Strandburg man ja auch vollstrahlen so war es war kommt immer mit was zu essen und ich wurde jetzt hier hoch und dann machen wir da eine Leitung der Gravel wollte ich noch schlafen ich habe noch zweieinhalb Herz den Leck komme ich nicht vorwärts ich mache mir mal einen Eisenschiff ich gehe mal ja und dann gehe wieder in die Kälte von Suchtas Goldfuss von neilte die Scheiß nicht kommen ich habe auch nicht mehr aber ich war ja auch ein die Welt wird mir noch holt wir haben da unten füllen über war okay es macht jetzt hier die Eben denn heute hier eben und dann gebunden helfen wir mal das einzuleiten und damit für uns hier unser Haus drauf bauen können weil ich hier und in wenn das auch gut aussieht dann dann kannst du sogar meine Sandburg haben Prozent Prozent